Als Berechnungsgrundlage für den Entlastungsbetrag verwenden wir die Jahresverbrauchsprognose für die Kundenanlage. Diese erstellt der Netzbetreiber. Wir als Energielieferant haben darauf keinen Einfluss. Nur der Netzbetreiber kennt alle Verbrauchsdaten der Kundenanlagen. Wenn zum Beispiel der Energielieferant wechselt oder der Kunde eine neue Anlage hat oder ein Zählerwert fehlt, der Netzbetreiber kennt die Daten und sorgt dafür, dass die fehlenden Daten beschafft werden und uns zur Verfügung gestellt wird. Der Netzbetreiber, der legt also die Jahresverbrauchsprognose fest und diesen Wert nutzen wir für die Berechnung ihres Entlastungsbetrags. Der Energiepreisdeckel gilt für 80 Prozent dieser Jahresverbrauchsprognose. Es gilt also nicht der aktuelle Verbrauch, den Sie in Ihrer Rechnung im Jahr 2023 stehen haben, sondern immer dieser Prognosewert. Und für den Rest, da gilt der normale Vertragspreis. Dadurch haben Sie einen Anreiz, Energie zu sparen und das will der Staat.